Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und größer und damit auch die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Ich erzähle dir in diesem Video, wie ich ein sechsstelliges Vermögen aufgebaut habe, was meine Motivation dahinter war und wie ich denke, dass das der Weg ist, für viele raus aus dieser Angst zu kommen und sich mehr finanzielle Freiheit zu schaffen. Hallo Freunde, hier ist wieder Kai, euer Geldkater. Wie immer erfahrt ihr hier, wie ihr euch ein sechsstelliges Vermögen mit einem einzigen ETF aufbauen könnt? Und für mich ist das ein wichtiges Thema, was ich dir mitgeben möchte. Meine Motivation startete damit, nicht reich zu werden oder immens viel Vermögen aufzubauen, sondern eher aus einem Überlebenswillen heraus. Vielleicht hast du das in einem meiner Videos schon erfahren. Ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie. Meine Eltern sind in den 80ern ungefähr nach Deutschland gekommen und mussten sich alles von Null aufbauen. Ich habe viele Seiten kennengelernt in einer damals noch nicht so wohlhabenden Stadt, aber heute mittlerweile sehr bekannt für ihre Shoppingmeile, nämlich der Kö in Düsseldorf. Und in der Zeit sieht man natürlich extreme Kontraste. Es gab Familien, in denen ich war, wo ganz viel Geld vorhanden war und die Kinder wirklich alles hatten, Omas und den Überfluss. Und im Gegensatz dazu habe ich persönlich viele Momente erlebt, wo wir uns einiges nicht leisten konnten und ich einfach traurig war und nicht richtig verstanden habe, wieso. Und umso wichtiger ist es heute, das Ganze einfließen zu lassen für mich, um dir was mitzugeben. Warum Vermögensaufbau einfach so wichtig ist. Gerade in der Zeit habe ich gesehen und gelernt, dass wenig Geld oder kein Geld zu haben, vieles an Problemen bereiten kann und sehr viel Unfreiheit bedeutet. Es kann Familien auseinanderreißen, es kann dich selber unfrei machen in deinen Handeln. Und umso wichtiger war es für mich einfach immer frei zu sein. Und so habe ich mit meinem Taschengeld oder mit meinem ersten Ausbildungsgeld immer so gewirtschaftet und das relativ unbewusst, dass ich mir gesagt habe, ich möchte immer genug haben, um das zu tun, was ich tun möchte. Das heißt einfach nicht nur Konsum zu kaufen, sondern wirklich Entscheidungsfreiheit zu haben. Das habe ich damals schon unbewusst gehabt und erst vor drei Jahren ungefähr habe ich wirklich gelernt, was finanzielle Bildung bedeutet und Vermögensaufbau und Investieren. Und das ist der wichtigste Punkt, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Bei mir hat es immer angefangen mit Sparen, was beiseite zu haben, wo ich natürlich Rücklagen hatte, um mir einerseits Träume zu erfüllen, coole Sachen zu kaufen als Kind, auch als Jugendlicher. Und man hat ja so seine Peergroup, das heißt Leute in deiner Nähe, die bestimmte Sachen, Klamotten anhatten, bestimmte Sachen gemacht haben und du hast dich an ihn gerichtet. Erst mit der Zeit habe ich ihn natürlich persönlich weiterentwickelt und meinen eigenen Kopf geschaffen, meine eigenen Gedanken. Und so hat sich daraus entwickelt, wie mein Umgang mit Geld sein sollte oder wie ich das handhabe. Mit dem Ausbildungsgeld habe ich immer mindestens 50% beiseite gelegt. Ich wusste noch nicht, wofür. In einem Video habe ich es dir erzählt, hatte ich irgendwann mal ein Ziel gehabt, ein BMW Cabrio zu haben. Weil, ja, in Düsseldorf fuhren so geile Autos herum. Ich fand so ein Cabrio richtig cool. Und das war so mein Ziel für viele lange Jahre, bis ich dann das Geld, und das waren ungefähr 75.000 Euro, zusammen hatte. Und als es soweit war, habe ich dann für mich gemerkt, das ist gar nicht das, was mich glücklich machen würde. Und mir war auch klar, dass es, sobald das Auto vom Hof wegfährt, direkt mal so ungefähr einen vierten Verlust macht. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe dann gemerkt, ich kann mit meinem Geld anderen Menschen helfen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Zumindest, ich hatte für mich gefühlt nicht viel Geld, aber mit dem Teil, was ich abgeben konnte, habe ich es dann gemacht. Und dadurch war ich einerseits glücklich, und andererseits habe ich immer noch die Freiheit gehabt, weil ich wusste, ich habe noch was beiseite und kann immer wieder Neues oder mehr Geld schaffen, was ich entsprechend aufbauen kann. Vermögensaufbau wurde mir erst später richtig bewusst. Und das ist das größte Learning, was ich dir mitgeben möchte. Dadurch, dass du dir ein großes Vermögen aufbaust, schaffst du dir einfach viel Freiheit in deinem Handeln. Und ich finde es interessant, ich zeige dir das später anhand einer Statistik, was für mich motivierend ist, zu sehen, wo in Deutschland, ja, in deiner Altersgruppe, wie viel Vermögen verteilt ist. Oder sagen wir mal so, es gibt mir einen guten Richtwert, wo ich selber persönlich stehe. Und vielleicht ist es auch für dich interessant. So, liebe Freunde, wir sind auf der Seite des Instituts der deutschen Wirtschaft und ich habe mir den Bericht des Instituts aus 2020 angeschaut. Hier ist eine Grafik daraus zu sehen, die ich sehr interessant finde und mit euch teile. Es geht um die altersspezifische Verteilung der Haushaltsnettovermögen. Und ich will das nur kurz anreißen. Ihr dürft das gerne in dem Link unten dann nochmal in Ruhe mit Verfolgung und euch anschauen. Ich zoome mal etwas rein, weil die Grafik etwas klein ist. Und hier geht es darum, ja, euch einerseits etwas Motivation zu geben oder auch eine Beruhigung, je nachdem, wie ihr gerade steht. Es ist natürlich schwierig einzuschätzen. Jeder hat einen anderen Standpunkt oder Startvoraussetzungen gehabt. Und klar, es ist wichtig, wo du von heute aus hin möchtest. Und da ist es einfach erstmal interessant zu sehen, das untere 10% Perzentil hat einen Schuldenberg von knapp 6.900 Euro. Und der baut sich mit dem Alter, mit der Zeit erst so nach und nach ab. Die meisten werden tatsächlich erst so mit 40, 44 schuldenfrei sein und können danach auch kein Vermögen aufbauen bis zum 75. Lebensjahr plus, was einer dreistelligen Summe entspricht. Stell dir vor, du hättest dein Leben lang nur 800 Euro Rücklagen beiseite. Wie würdest du dich halt damit fühlen? Und tatsächlich ein großer Teil, für mich ein relativ großer Teil, 10%, schafft es einfach nicht, eine größere Summe aufzubauen. Das nächste 20% Perzentil startet auch schon mit wenig Schulden, schafft es dann so um die 30er, Mitte 30, bei null Schulden frei zu sein und erst danach so langsam Vermögen aufzubauen. 1.600 Euro in der Gruppe 40 bis 44, 5.300. Das entspricht für die meisten so Notgroschen. Und das zieht sich dann entsprechend in der Range halt weiter. Der Bereich ist recht klein. Um das jetzt mit der Maus zu treffen. Und du siehst, eine fünfstellige Summe wird von den meisten nicht wirklich erreicht. Und ja, da so ein lebenswertes Leben zu führen, wie man sich das vorstellt, das ist mit so einem Vermögenssatz oder einem Vermögensstock recht schwer, wie ich finde. Wir rücken vor zum 30% Perzentil. Da starten sie auch. Haben wir die? 30% treffe ich die hier? Nicht ganz, ich muss nochmal ein bisschen reinzoomen. Ich glaube, das ist so eng. Genau, dass sie im Alter von 30, 34 zumindest schon mal 2.000 Euro Vermögen aufgebaut haben. Und dort sieht es schon deutlich besser aus. Für die meisten, denke ich mal, ist das möglich, ein fünfstelliges Vermögen zumindest aufzubauen, was man so über die Zeit mit sich trägt. Ich finde das jetzt das Mindestmaß so in dem Bereich, was man haben sollte an Notgroschen, damit man halt zumindest ein Auto schnell abbezahlen kann oder zumindest eine Wohnung, Urlaub etc. zu haben. Aber alles Weitere ist natürlich jetzt nicht so in der Range, dass man sich einfach frei fühlt. Und wenn wir uns die Mitte anschauen, das 50% Perzentil, da haben die unter 30-Jährigen schon gute Startvoraussetzungen. Da gehört mein Kleiner schon mittlerweile auch schon dazu mit einem Vermögen von knapp 5.000 Euro. Und wenn man dann sieht, wie sich das Vermögen dann mit der Zeit bei dieser Gruppe stetig aufbaut, dann ist das doch schon sehr, sehr gut, sage ich mal, dass man dann halt mit 50 zumindest ein sechsstelliges Vermögen aufgebaut hat. Ich denke mal, das sollte zumindest jeder anstreben, um halbwegs ein ruhiges Leben im Alter verbringen zu können und sich einfach mal etwas früher zur Ruhe zu setzen und nicht wirklich bis zum Ende und darüber hinaus ackern zu müssen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder sichern zu können. Ja, das ist jetzt meine Meinung. Jeder, der darüber liegt, über diesen 50% Perzentil, der hat schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Das heißt jetzt Erbe, ein wohlhabendes Haus, irgendein Gewinn, das kann ich natürlich nicht abschätzen. Aber für mich ist es auch nur relevant für meine Altersgruppe, hier zwischen 35 und 39, wie es da ausschaut. Ich bin schon schuldenfrei, wie man an meinem Depot-Update sieht. Die Range habe ich schon auch tatsächlich überschritten. Da bin ich auch happy, dass ich weit drüber bin. Und je höher ich gucke im Perzentil, wo ich liege, bin ich wirklich beruhigt, dass ich zumindest zwar nicht die 90% Perzentil geschafft habe, weil ich natürlich auch recht spät angefangen habe und erst mit der Zeit der Zinssins für mich arbeitet. Aber ich mache mich auf einem guten Wege und fühle mich halt tatsächlich wohl, knapp da drunter zu sein und bin schon gespannt, wann natürlich diese Region erreicht wird. Ich werde es nicht in meiner Altersgruppe wahrscheinlich schaffen und gucke dann einfach mal, wie es dann ab den 40ern aussieht. Und hier zu sehen, okay, die jeweiligen Gruppen, das macht schon einen riesigen Unterschied einfach schon aus. Der Sprung von einer Gruppe zur nächsten ist wirklich immens. Und wenn du guckst, allein vom 70% Perzentil, oder sagen wir mal schon vom 60 auf die 70, das macht einen Unterschied von knapp 70.000 Euro aus. dahin nochmal 80.000, 83.000 Euro. Und hier der größte Sprung von den 80% Perzentil auf die 10. Das ist echt der Wahnsinn. Also 289.000 Euro zu 438.000 Euro. Noch oben hin ist natürlich nie ein Limit gesetzt. Das würde mich mal interessieren. Da kannst du, glaube ich, die Durchschnittseinkommen oder Durchschnittsvermögen der 10 reichsten Prozent der Welt, wollte ich schon sagen, aber eher von Deutschland. Das reicht ja auch schon aus. Da gehören natürlich viele Unternehmer mit dabei. Ein kleiner Prozentsatz wahrscheinlich an Erben. Aber die meisten werden so riesige Vermögen nur mit unternehmerischen Fähigkeiten aufbauen können. Und so ist es so, dass du hier siehst, das ist auch recht interessant zu sehen, den Höchstpunkt an Vermögen hat man so im Alter von 55 bis 59 aufgebaut. Und ab da kann es natürlich, ja, ich würde nicht sagen, zur Belohnung kommen, weil du solltest dich auf dem Weg dahin natürlich auch schon belohnen und nicht erst bis ins Alter warten, weil du bis dahin schon ganz andere Voraussetzungen hast, etwas gebrechlicher bist, kannst du natürlich bestimmte Aktivitäten nicht mehr machen. Außer natürlich, du bereitest dich gezielt vor, hältst dich fit und machst noch deinen Marathon etc. Für die größte Masse würde ich sagen, geht es natürlich darum, in einem guten Alter so viel Vermögen aufzubauen, und dass man es natürlich auch deutlich genießen und verkonsumieren kann. Das heißt, das Vermögen baut sich nach und nach ab, aber nicht so schnell, dass man dann auf Null landet, wenn man dann bei 75 ist. Und selbst hier, ich denke mal, wenn du eine vierte Million immer noch als Vermögen hast, dass du da etwas ruhiger schlafen kannst im Alter oder einfach dir sicher bist, du bist gut versorgt und musst nicht noch zusätzlich arbeiten gehen, um ein gutes Leben im Alter zu haben. Geht davon aus, da fließen auch Immobilien mit rein. Gerade in Deutschland haben wir viel Immobilienvermögen, also in Beton. Geld in Beton gespeichert, sage ich mal. Mir ist es lieber, das Vermögen liquide zu haben, und deswegen ist es bei mir nur fix aufgeteilt in Tages- oder Festgeldkonten mit einem großen Aktiendepotanteil in Form eines ETFs natürlich, in Form von Einzelaktien. Und da interessiert es mich jetzt, was ist dein Ziel? Welcher Range, Altersstruktur befindest du dich? Und ist es das, wo du gerade stehst? Mach das dich zufrieden? Und was hast du noch so vor? Natürlich hat da jeder unterschiedliche Voraussetzungen, auch in Bezug auf Einkommen, Bildung etc. Ich finde es einfach nur mega interessant für mich zu sehen. Und klar ist das absolut motivierend, auch von meinem Standpunkt aus, für einige oder für mich auch erstmal nicht greifbar oder zu erreichen. Aber ich möchte mal sehen, wohin der ganze Weg noch führt und bin mal gespannt, ob du den Weg dann noch mit mir gehst. Abonniere meinen Kanal auf jeden Fall und begleite mich einfach darauf, zu schauen, wie sich ein Vermögen mit einem einzigen ETF aufbauen kann, trotz der ganzen Crashphasen, trotz sehr konzentrierter Investments in die USA und in den Tech-Bereich und natürlich mit einem Nachwuchs, der natürlich das Einkommen nochmal etwas beschneidet und zusätzliche Kosten mit sich trägt. Das ist das Spannende. Ich bin ein Mensch, mitten aus dem Leben, kompletter Durchschnitt und für mich ist es einfach auch interessant. Seit drei Jahren gehe ich diesen Weg und schaue, wohin mich das Ganze führt nach der Selbstbildung, Selbstweiterbildung in Bezug auf finanzielle Geschichten, finanzielle Themen. Und ich hoffe, ich kann dich damit auch selber einfach mitnehmen und motivieren, dass du deine Finanzen in den Griff kriegst, dir ordentlich Vermögen aufbaust und dadurch ein wirklich sorgenfreies Leben schaffen kannst. Wenn du mich mittlerweile kennst, weißt du, es geht mir nicht ums Flexen oder zu zeigen, wie viel Vermögen ich aufgebaut habe, sondern darum, dass ich Mut, Hoffnung und Kraft geben kann, vor allem denjenigen, die ein kleines Einkommen haben, die noch nicht so viel Vermögen aufgebaut haben, einfach dran zu bleiben und die Motivation selber für sich zu finden, warum möchtest du überhaupt so viel Vermögen haben. Und für mich kann ich einfach nur sagen, es verschafft mir so viel Unabhängigkeit und Freiheit, viel Selbstbestimmung, in Jobs zu arbeiten, die ich gerne mache, wo ich mich weiterentwickeln kann und das Leben zu genießen mit jedem Moment, mit jeder Person, die ich zusammen sein möchte. Und das wünsche ich mir einfach für dich genauso, dass du diesen Weg mit mir gehst, die ja deinen eigenen natürlich auch findest und selber selbstbestimmter einfach leben kannst. Und gerade mit meinen Herausforderungen, zwei Ausbildungsjobs, von Null zu starten, auch wirklich beruflich und wieder neu Gas zu geben, das ist, glaube ich, was Außergewöhnliches, was ich bis jetzt auch noch nicht so gehört habe. Es gibt verschiedene Geschichten natürlich da draußen und ich zeige dir einfach meinen Weg. Und das ist der Weg, zumindest für mich. Ich hoffe, du gehst ihn mit mir, findest selber für dich Mut und was es für dich bedeutet, ein sechsstelliges Vermögen aufzubauen, was es mit dir macht, vielleicht sogar ein siebenstelliges, wenn du wirklich Gas gibst. Und ich wünsche mir das so sehr für dich, dass du es schaffst, zusammen mit mir hoffentlich und einfach dann auch wirklich ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Indem ich dann auch irgendwann sagen kann, mein Kapital, das ich mir aufbaue, die Gewinne, die mir dann irgendwann mal meine Lebensunterhaltskosten finanzieren können, sei es Miete, sei es Auto etc., egal was da kommen wird. Das ist eine riesige Motivation für mich, das durchzuziehen und durchzuhalten. Selbst mit etwas geringerem Gesamteinkommen, weil meine Frau aktuell nicht arbeitet, sondern sich um unseren Kleinen kümmert und er dann wirklich ein gutes Leben haben wird, jetzt schon ein schönes, vierstelliges Depot hat. Das gibt mir so viel Motivation, das einfach mit dir zu teilen, was einfach möglich ist und was man so schaffen kann. Dass ich hoffe, dass es dich inspiriert, ganz viele andere auch. Teil also meinen Kanal mit anderen, denen es vielleicht auch helfen könnte. und dann hoffe ich, dass du meinen Kanal schon längst abonniert hast und wir uns dann nächste Woche gesund und munter wiedersehen mit einer neuen Portion Motivation für deine Investments und dein Zukunft. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, geh den Weg mit mir, denn das ist der Weg und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dein Kai. Bis zum nächsten Mal.